...einer Runde Männer, denen das Leben übel mitgespielt hat, ist. Herr Kollege war jung und wollte irgendwas. Mit mehr Muskeln und Respekt, etwas außerordentlich, also wurde er Popstar. Herr Postel wollte einfach nur seiner Neigung, Mediziner zu sein, folgen und wurde von einem Scheißsystem, das vor der Ausübung des Arztberufes ein Medizinstudium setzt, davon abgehalten. Herr Kachelmann war früher Liebling einer millionenfachen Fernsehgemeinschaft, bis er auf der Schlachtbank der kollektiven Gehässigkeit entbeint wurde. Wie die Männer mit ihren Traumata umgehen, was Frau Decker dazu beitragen kann oder ob die Konstellation vielleicht vollkommener Bullshit ist, wir erleben es jetzt. Hallöchen, wir sind's, Joko und Klaas. Duell um die Welt. Am Tisch. Die Talk-Challenge. Jetzt geht's los. Erste Show. Hallo, einen wunderschönen Abend. Und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Schulz & Böhmermann. Dankeschön, sehr freundlich. Ihrer neuen, innovativen, mit einem komplett neuen Studio und Konzept ausgestatteten Talk-Sendung in ZDF-Neo. Mit dem zweiten sieht man besser. Wir haben fantastische Gäste in der ersten Sendung. Besser kann's eigentlich gar nicht laufen. Nein, wir haben wirklich einen, wir haben einen potpourrier der guten Launa hier zusammengesammelt heute. Unter anderem heute, ich freu mich besonders drauf, dass er heute Abend hier ist. Mein Lieblingsrapper, die besten Punchlines, die besten Wortspiele. Wortspiele. Double-Time-Rapper. Er hat alle Facetten drauf, die ein erfolgreicher Rapper haben muss. Kollegah ist heute Abend hier. Vor vielen Jahren, ich glaube zwei ist es her, habe ich mich schon mal sehr intensiv um ihn als Gast bemüht. Das hat damals nicht geklappt und zwar mit der Begründung, dass sie zuerst noch ihre juristischen Angelegenheiten klären wollten. Die juristischen Angelegenheiten sind jetzt weitestgehend geklärt. Ich glaube, er hat den Axel Springer Verlag zumindest in die Knie gezogen, vielleicht auch bald um sehr viel Geld erleichtert. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Jörg Kachelmann aus der Schweiz. Unsere einzige Dame am Tisch heute, sie hat ein goldenes Hemdchen für erfolgreiche Drehbücher. Inzwischen ist sie Regisseurin. Kein Ohrhase geschrieben, Zwei Ohrküken geschrieben, Rubbel die Katz geschrieben und jetzt erfolgreich mit, wie heißt er, Frauenfrauen? Traumfrauen? Traumfrauen? Traumfrauen. Sie ist heute Abend hier bei uns, Annika Decker. Jetzt kommt der letzte Gast, den wir Ihnen vorstellen möchten. Er ist als einziger von uns für das Hochstapeln, was er hinter sich hat. Musste er schon sitzen. Wir alle sind Hochstapler. Er wurde dafür verurteilt. Einer der bekanntesten Hochstapler Deutschlands. Er hat sich jahrelang als Arzt ausgegeben. Kommt aus meiner Heimatstadt Bremen, war damals in den 90er Jahren. Eine Riesennummer. Wie lange haben Sie gesessen? Vier Jahre? Drei Jahre? Ich bin wegen besonders guter Führung dann sehr... Nee, aber wie lange Sie gesessen haben? Zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb Jahre im Knast gesessen. Gerd Postel. Hallo, Herr Postel. Moin. Soll jetzt nicht so ein Runterzieher sein, ich wollte Sie jetzt nicht, weil Sie, ich soll jetzt nicht so ein Runterzieher sein, aber ich fand das schön, um das einzuordnen. Sie sind ein verurteilter Hochstapler, ne? Ist so. Sie haben sich als Arzt ausgegeben. Ja, aber das ist ein komplexes Geschehen, das zu reduzieren. Ja, aber nur, die Leute sind einfache Leute. Sie sehen ja einfache Leute. Komplexes Geschehen muss man einfach darstellen. Sie müssen sich selber nicht als Hochstapler bezeichnen. Doch, um mich verständlich zu machen, dem Volk draußen im Lande. Den einfachen Leuten. Schon. Da habe ich gleich mal eine Frage an einen Kollegen. Ist man als Rapper nicht auch immer gleich ein Hochstapler? Man muss so wahnsinnige Storys in deinen Texten, was für ein Leben du führst und so. Also ich würde mal sagen, 90 Prozent der Rapper, die es gibt, sind auf jeden Fall mehr Hochstapler als er, weil er hat immerhin zwei Jahre Knasterfahrung. Ja, ja, das stimmt schon. Für eine Gangster-Rap-Karriere. Ich schreibe dir die Texte, dann machen wir das immer durch. Ja. Sehr gut, sehr gut. Olli, erklärst du den Karten? Ja. Ich muss zum Anfang der Sendung heute noch was erklären. Wir haben heute ein kleines Spiel dabei, ein kleines Gimmick. Und zwar für jeden hier gibt es einen kleinen Schutz, und zwar diese beiden Karten. Plus eins, minus eins. Und zwar folgendes. Wenn es irgendwas gibt hier in der Sendung, was Ihnen nicht gefällt, irgendwas, was Sie sagen, von dem Sie denken, das möchte ich nicht in der Sendung haben, dann nehmen Sie einfach die minus eins Karte und schneiden die letzte Minute raus. Die wird komplett rausgeschnitten. Problem ist allerdings, es gibt auch eine plus eins Karte. Wenn jemand meint, das sollte doch in der Sendung bleiben, haut er einfach die plus eins Karte da rauf, und dann ist wieder alles ausgeglichen. Wenn jemand aber die plus eins Karte zuerst raushaut, will er damit sagen, in der nächsten Minute will ich was erzählen, das sollte nicht in die Sendung kommen. Also wir haben Möglichkeiten, diese Sendung heute mitzugestalten. Hat's jeder kapiert? Ist das verständlich? Also jetzt nach dem vierten Anlauf habe ich es kapiert, aber ich glaube das Publikum nicht. Wir haben es den Gästen schon mehrmals erklärt. Wir müssen das auch nicht verwenden. Nee, Sie müssen das, Sie können es auch mit nach Hause nehmen für den Privatbereich, aber es funktioniert da halt nicht. Nee, das funktioniert nur im Fernsehen funktioniert. Ich möchte das gerade mal probieren. Herr Karim? Ja, das ist mir zu früh. Ja, aber ich finde das eigentlich ganz interessant, ehrlich gesagt. So. Jetzt hau ich noch eine drauf, oder was? Nee, musst du jetzt nicht. Dann sind die Karten aber weg. So, dann ist es ausgeglichen. Jetzt haben wir, aus dem Gag haben wir einfach schon vier Karten verbraten. Annika hat noch zwei Karten. Ja, okay. Seine Haken? Nein. Nee, 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 ist okay. Verschenken ist nicht. Aber es hätte jetzt geklappt, wenn das nicht ein völlig sinnloser Zeitpunkt gewesen wäre, um die Minute rauszuschneiden zu Beginn, weil wir jetzt ja erst die Sendung eröffnen. Wir müssen erst mal ein bisschen warm werden, uns zurücklehnen. Sie dürfen rauchen, Sie dürfen sich auch gerne einmischen. Wir haken hier nichts. Hier wird kein Gast nach dem anderen abgehakt, sondern wir versuchen sowas wie ein echtes Gespräch. Das kann funktionieren, das kann aber auch nicht funktionieren. Wie ein echtes Gespräch halt. Kollege hat schon mal stilecht da an der Zigarre liegen, das gehört sich so, na? Ich hätte ja nicht gedacht, dass ihr so einen Service habt, super. Wir haben einen super Service hier und wir sind mit ZDF, jetzt hier geht alles. Wo ist das Koks? Das machen wir alles nach der Sendung. Warst du eigentlich als Gangster-Rapper schon mal im Gefängnis? Hast du Gefängniserfahrung gesammelt? Ja, viele meiner Kollegen sitzen im Knast und die habe ich natürlich besucht und ihnen einen Kuchen mitgebracht mit einer eingebackenen Pfeile. Ich selber war jetzt mal um ernsthaft hier auch mal eine Diskussion vielleicht ins Rollen zu bringen. Ja, dankeschön, dankeschön. Das ist natürlich so eine Sache, da muss ich sagen, da war ich immer zu schlau für, als ich mich erwischen lasse und in den Knast komme. Kann man da stolz drauf sein, wenn man als Rapper sagt, ich war schon mal im Gefängnis oder ist das eigentlich, denkt man, nicht ganz schön dumm von dir eigentlich? Ja, es kommt darauf an. Wenn man natürlich wegen Schwarzfahren im Knastland ist, dann ist nicht so cool. Das ist ein bisschen uncool, aber dann erzählst du eine geilere Story und sagst, du machst ein Goldraubst, dann ist es immer noch cool. Das kommt auf den Einzelfall an, auf das Kriminaldelikt kommt das an. Ja, aber wie ist denn das, wenn man so sagt, man ist Zuhälter-Rapper, dann gibt es dann Leute, die das ernst nehmen, weil es ist ja eigentlich dein Trademark, dass du auf deinen Platten gerne sagst, ich bin der Zuhälter-Rapper-Kollega. Und dass dann irgendwie, dass da irgendwelche Leute auf den Plan gerufen werden, dich zu verfolgen und da bist du schon mal beobachtet worden, bist von der Polizei oder so, ist schon mal irgendwas passiert? Wirklich? Ja, es birgt natürlich viele Nachteile, die man so gar nicht mitbekommt im Leben. Und natürlich, beim Hauskauf zum Beispiel oder beim, früher, als ich noch zur Miete gewohnt habe. Wer wohnt denn noch zur Miete? Da können wir nur lachen. Aber ich sag mal so, das verbaut einem natürlich hier und da mal was. Also da sagt irgendwie der Vermieter auch, ja gut, Herr Blume, gar kein Problem, können sie haben, die Wohnung. Am nächsten Tag hat er dich mal gegoogelt und dann sagt er, auf gar keinen Fall, das passiert oder... Hast du es dann auch manchmal, wenn du jemanden triffst, den du sehr, sehr schätzt? Und es gibt ja auch Leute, ich hab ja auch zum Beispiel sehr grenzwertigen Kram im Fernsehen gemacht. Und ab und zu trifft man so auf Leute... Also besoffen auf dem roten Teppich, Leute angekündigt. Ja, und da auch so cholerische, infantilen Scheißdreck gelabert. Und manchmal trifft man dann auf Leute, die man sehr schätzt, wo man weiß, die kommen vielleicht aus einem anderen Kreis oder so. Und dann sagen die, was machst denn du so? Und dann willst du denen ja nicht gleich erzählen, ich bin zu hell der Rapper und rapp so Sachen wie, ich überprüfe die Deepthroat-Technik deiner Tochter. Was ja in deinen Texten ab und zu mal vorkommt. Und dann stehst du da zu jemandem und stehst ihm so gegenüber und hatte man dann immer das Gefühl, dass man auch so denkt, ja scheiße, der checkt das nicht so ganz, aber das ist ein cooler Mensch, den will ich jetzt irgendwie zeigen, dass das auch nur eine Facette von mir ist. Ach Quatsch, also da habe ich mich schon verabschiedet von diesem Gedanken. Ja? Nee, ich sage das dann genauso, wie du gesagt hast, ich werde heute nach noch deine Tochter zum Deepthroat nötigen, sagen wir mal. Ja. Und dann ist das Eis gebrochen, oder? Der weiß dann nicht, was ein Deepthroat ist und denkt sich, das ist ein Candlelight-Dinner oder so, dann passt das schon. Wenn Sie sich jetzt fragen, wer ist der Mann, wer ist der Mann, links neben mir gegenüber von Olli Schulz, das ist Felix Blume alias Kollegah. Und jetzt kannst du in die Kamera schauen und 48 oder 49 Sekunden anhören, wie Sibylle Berg, die fantastische, berühmte Autorin, dich beschreibt. Ja, bin ich mal gespannt. Viel Spaß. Über 18 Jahre war Herr Kachelmann der Knuddelschweizer der Fernsehzuschauer. Momentchen, nein, stopp! 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 Herr Kachelmann, jetzt Rapper! Nein! Stopp! Da kann man schon mal durcheinander kommen. Er hat ja gewisse Sachen auch schon gemacht, die ich auch in meinen Texten mache. Nehmen Sie den Ball auf, Herr Kachelmann. Habe ich so gehört. Als Sie bei Pelzig gesessen haben, haben Sie gesagt, das ist alles Lüge, alles was man über Sie erzählt, stimmt alles nicht, so. Ja, das, darauf muss ich leider weiterhin bestehen. Aus rechtlichen Gründen, damit in der Prozess nicht zusammenfällt. Nein, generell so, generell so. Das ist vielleicht auch uncool, wenn man unschuldig, ich weiß nicht, unschuldig im Knast sitzt, ist auch uncool, nehme ich mir jetzt mal. Ja, auf jeden Fall. Deswegen geben Sie es zu, wir machen eine Karte hin, dann hat es keiner gehört. Ganz kurz, ich will das nicht unterbringen, aber das ist Felix Blume alias Kollegah. Und der wird jetzt 48 Sekunden in die Kamera gucken, dann sagt Sibylle Berg was über ihn. Waren die Trikotagen grüner Politiker vor 20 Jahren noch einen... Scheiße. Sag mal, seid ihr bescheuert? Ey, noch eins und denke, ich bin raus hier. Und dann bin ich wieder bei Circus Halligalli, echt jetzt. Das gibt es nicht. Das ist Felix Blume. Eigentlich müsste die Produktionsfirma, müsste das jetzt. Soll ich es selber machen? Was ist denn passiert? Ist da ein Mitarbeiter, einen Schlaganfall oder was? Was ist los? Eine Sekunde, es tut sich wahnsinnig leid, wir müssen ganz kurz hier einfach lachen. All die Besprechungen, all die Konferenzen, all dieses Gebührengeld, was hier in diese Sendung reingeflossen ist. Und jetzt passt der Anstand auch nicht mehr, weil jetzt zwei Leute rauchen. Jetzt hier ist ich nicht rauchen. Ja, aber wie machen wir das denn jetzt? Dann brennen zwei Zigaretten, da kommen wir doch niemals in den Einstieg. Ist doch egal, dann lassen wir das alles so drin. Das macht die Menschheit... Würde ich auch so. Wir lassen das jetzt alles so drin. Das ist die erste Sendung, das kann mal schief gehen. So, meine Damen und Herren, das ist Felix Blume. Er ist aber auch bekannt unter dem Namen Rapper... Er ist unter dem Namen Kollegah aber auch bekannt. Und die berühmte Autorin Sibylle Berg sagt jetzt 48 Sekunden lang hoffentlich was über Kollegah. Jung zu sein und Mann ist eine der anstrengendsten Krankheiten. Die heutigen Initialisierungsritten der Pubertierenden, die nicht das Zeug haben, um ins Silicon Valley durchzustarten, sind mühsam. Um sich von einem weiblichen, weichen, labbrigen zu befreien, muss der Halssuchende Muskel trainieren, zum Islam konvertieren. Früher wären es die Neonazis gewesen oder ein Kirchenchor, die dem jungen Mann Halt in der homoerotisch konnotierten Männergruppe geben und retten. Ist man klug wie Herr Kollegah, schafft man es fast so anspruchsvoll zu rappen wie Sido und weiß um die Vergänglichkeit von Ruhm, die gerade im Rappgeschäft sehr schnell erfolgt, denn Rapper in einem skorpionesken Alter sind selten. Herr Kollegah studiert darum Jura und wird vermutlich, wie unter Rappern üblich, ein Praktikum im Kanzleramt anstreben, um im Anschluss Justizminister zu werden oder Sozialarbeiter. Ja, Kollegah, herzlichen Dank. Ist diese Jura-Geschichte, ist das so eine Art Fallbackplan, Plan C, Jura studieren, um die Kumpels rauszuhauen? Ach, ich kann diese Jura-Geschichte auch nicht mehr hören. Du hast sie aber auch in die Welt gesetzt. Du hast sie so oft erzählt. Nein, ich werde doch immer gefragt. Ja, aber ist doch gut für das Image, wenn man als gangster Rapper Jura studiert. Ja, die Jura-Geschichte, was soll ich dir sagen? Hast du aufgehört oder bist du noch da am Start? Nee, ich bin ja scheinfrei. Schadsexamen mal irgendwann vielleicht noch, ich mache vielleicht noch ein Praktikum bei meinem eigenen Anwalt, der schreibt mir ein Scheinchen und dann hole ich mir das Schadsexamen noch irgendwann ab. Ja, aber es ist scheiße, wenn man so Geschichte in die Welt sieht. Aber nur, damit ich diese Interviews nicht mehr gebe. Ja, kann ich nachvollziehen. Es ist ja auch die Hölle in diesen ganzen YouTube-Hip-Hop-Portalen, dass man bei jedem Interview, was man gibt, ich habe mir ja viele von dir angeschaut, also keins geht unter 90 Minuten und muss immer seine gesamte Lebensgeschichte nochmal erzählen. Wie müde ist man eigentlich davon, immer wieder zu erzählen, ja, hier vor zehn Jahren, da hat das alles angefangen, dann kam die erste Platte, Alpha-Gene, dann kam das. Ist das nicht ermüdend? Kannst du das überhaupt noch? Wie lange kannst du noch durchhalten? Es ist schwer geworden mittlerweile, deswegen, ich sage auch viele Interviews ab mittlerweile und wenn es um sowas geht, Biografie, dann sage ich immer, bitte Leute, lasst euch was Neues einfallen. Lasst euch zu meiner Biografie was Neues einfallen. Nach außen hin ist die Hip-Hop-Community ja wirklich immer one big family, alle mögen sich, aber ich glaube, es ist nicht wirklich so. Es ist ja auch ein knallharter Konkurrenzkampf, oder? Bis man da wirklich sich so irgendwie rausschält aus diesem Pulk von Hip-Hoppern und dann wirklich, sage ich mal, so ein Unikat ist, hat bei dir ja auch ganz schön lange gedauert. Ich habe deine Karriere wirklich seit zehn Jahren verfolgt und du hast vor zehn Jahren schon über die gleichen Sachen gerappt, über die du jetzt rappst, bist aber damals nicht der Typ gewesen. War das dann so, dass du dir dachtest, scheiße, jetzt rappe ich über dieses Leben, habe damit Erfolg, jetzt muss ich auch so werden. So Tupac-mäßig meinst du? Ja. Also er ist über Gangstabler gerappt und dann aus dem Ballettverein raus und dann auf die Straße. War er beim Ballett, Tupac? Ja, ja, weißt du das nicht? Nein, weiß ich nicht. Ja, er war Balletttänzer und Schauspieler, kommt eigentlich aus einer guten Familie. Und du? Ich nicht, ich war kein Balletttänzer, aber... Aber gute Familie. Ja. Gute Mama, auf jeden Fall finanziell nicht so gut dargestellt, aber sonst... Die neue Platte, die du gemacht hast, letzte Platte, Zuhälter-Tape 4, war ja also wirklich nur Koks, Nutten, Sex und das ist so eine richtige, so eine Platte, um noch zu zeigen, wie real man ist, oder ist es einfach eine große Übertreibungsplatte, weil das Problem bei den Kids her ist, also viele Kids kommen auf die Konzerte, die wollen ja eine Identifikation. Meinst du, die raffen alle, dass das alles auch irgendwie eine große Show ist und wie oft darf man denen das sagen und sagen die dann irgendwann, ja, der ist ja gar nicht mehr real, der ist ja wirklich gar kein Zuhälter oder ähnliches. Wie hält man da die Gratwanderung? Also die Kids, die peilen das, hundertprozentig. Meine, meine, mein Publikum, sag ich mal, das ist auch sehr, sehr facettenreich, geht von 13 bis, sagen wir mal, 50. Dankeschön. 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 Ah, schamant. Das ist genau Ollis schwacher Punkt, das Alter. Überhaupt nicht, ich bin in der Form meines Lebens. Ja, ja. Hast du nicht vor deiner Garderobe noch erzählt, dass jetzt in deinem Alter jedes Jahr schlechter ist als das Jahr vorher? Nein, das hat Louis C.K. erzählt, mein Lieblingskomedian. Wir müssen ganz kurz mal die Runde öffnen, weil ich hab das Gefühl, wir haben drei Leute, die noch überhaupt... Ja, ich wollte jetzt gerade zu Herrn Postel, eine Fachdiskussion mit Hip-Hop und so. Vielleicht, dass wir noch 15 Minuten über meinen Zuhälter haben. Können wir uns am Tisch unterhalten, wenn ihr wollt. Herr Kachelmann, Sie sind zusammen mit Herrn Postel, ich glaube, wenn unsere Recherche da nicht trügt, Sie waren die einzigen am Tisch, die schon mal im Gefängnis saßen. Die real Gangster. Die echten Gangster. Ja, also... Ja, also, sie reduzieren das immer permanent... Weil das erst mal Interesse... Lassen Sie das doch mal irgendwie reinkommen in dieses Spiel. Leute brauchen das... Herr Postel fühlt sich sofort angegriffen, egal was man sagt. Nein, aber diese ewige Reduktion der Sache und Reduzierung auf einen Gefängnisaufenthalt... Haben Sie das... Ich fühle mich nachher auch noch angegriffen, wollte ich nur noch... Ich wollte schon mal... Jetzt darf er zuerst, aber ich fühle mich auch angegriffen. Nein, nein, mach mal. Nein, 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 ich hatte... Postel ist größer. Und älter. Dieses Etikettieren, das finde ich vollkommen langweilig und zum Gähnen. Ja, aber ich ja nicht. Ja, aber ich. Aber ich. Ich gebe Ihnen eine Antwort auf das, was Sie sagen. Aber ich habe ja gar keine Frage gestellt. Ich war bei der Karte. Ich bin doch nicht darauf angewiesen, dass Sie Fragen stellen. Haben Sie das eigentlich so mit dieser Art auch in der Psychiatrie geschafft, jahrelang den Arzt darzustellen? Weil es ist extrem beeindruckend. Ich sehe Sie nicht als Patienten, Herr Böhmermann, im Moment. Noch nicht, noch nicht. Aber selbst wenn Sie mich als Patienten sehen, wären Sie gar nicht berechtigt, überhaupt mich in eine Art von Behandlung zu verwickeln, weil Sie ja bloß so getan haben, als sei Sie ein Arzt. Und zwar jahrelang. Und zwar so erfolgreich, dass Sie das alle geglaubt haben. Ja, ich war Hochstapler unter Hochstaplern. Das heißt, die Kollegen um Sie herum haben das Gleiche gemacht, wie Sie, nur halt mit Autorisation... War ich nur ein bisschen schlauer, weil ich einfach wusste, um diese Hochstaplerrolle wusste. Und diese Leute ja denken, dass sie wirklich gute Leute sind und Ärzte sind. Wissen Sie, was Ex-Post-Reasoning ist? Nee. Das ist, wenn man sich Sachen, die man verbockt hat, im Nachhinein so zurechtbiegt, dass es für einen Sinn macht. Ja, sowas gibt es. Ich verstehe auch noch nicht ganz den Motivationsgrund. Warum haben Sie eigentlich... Ach, das ist die Frage. Die Frage ist auch irgendwie ein bisschen... Ja, aber ich will die Frage trotzdem... Man macht doch nicht irgendwas ohne Grund. Ja, aber erst mal ist man sich seiner Gründe ja nicht permanent bewusst und seiner eigenen Motive auch nicht permanent bewusst. Heute in der Sendung zum Beispiel nicht. Und zum anderen, wie einer handelt... Gemäß seiner Beschaffenheit handelt ein jedes Ding. Ja, wie ich bin, so handle ich. Ich finde das ganz interessant. Ich kriege ja eine Verbindung. Sie haben auch als psychologischer Gutachter für Gerichtsprozesse gearbeitet. Obwohl Sie das gar nicht... Ja, eine Menge. Was, obwohl ich was? Obwohl Sie kein ausgebildeter Psychologe sind und nicht die Berechtigung hatten, das vor einem ordentlichen Gericht zu tun. Ja und? Herr Kachelmann hatte in... Ja und? Ja und? Ich habe auch keinen Gehirnchirurg. Und mache Ihnen nicht den Kopf auf und sage, ich mache da mal was oben drin. Mal gucken, ob das irgendwie gut geht. Aber Sie sind da... Sie waren im Laufe Ihres Prozesses. Haben Sie auch mit psychologischen Gutachtern zu tun gehabt? Und wenn Sie jetzt... Wenn Sie jetzt wissen, dass jemand wie Herr Postel, dass jahrelang... Jemand wie Herr Postel. Dass Herr Postel, dass ein integra-sympathischer Mann aus meiner Heimatstadt Bremen, wie Herr Postel, das jahrelang geschafft hat, ohne eine formelle Qualifikation dafür zu haben, dass der theoretisch das auch bei Ihnen hätte machen können oder bei der damals... Und vielleicht besser als ausgebildete Psychiater. Was macht das dann mit Ihnen im Nachhinein? Das war, glaube ich, der am wenigsten überraschende Teil. Also wenn man Opfer eines Verbrechens wird, wie ich das damals wurde, gibt es ganz viele überraschende Dinge. Also zum Beispiel, Knast scheint für euch ein wichtiges Thema zu sein. Interessant, weil wir beide nicht im Knast waren. Ja klar. Weil wir zu große Weicheier sind oder beziehungsweise nur nicht das Pech hatten, in so eine Sache reingezogen zu werden. Weil Sie so moralisieren wollen. Letzteres bei mir. Für mich ist das immer eine schwierige Sache mit dem Knast. Weil einerseits ist es natürlich toll, total cool drüber zu sein. Andererseits ist es, wenn man unschuldig im Knast ist, glaube ich, eine der größten Furchtbarkeiten, die man erleben kann. Was mich überrascht hat... Warum sagen Sie denn, ja, Sie waren doch gar nicht unschuldig im Knast. Nein, aber ich unterstütze ihn. Sorry. Das hatte doch eine Schein-Klausibilität. Ich kann doch ihn unterstützen. Was mich überrascht hat, als Sohn eines deutschen Beamten, der mit 4-2 in die Schweiz gekommen ist, ich habe mir das irgendwie sauberer vorgestellt. Im Gefängnis? Ja, was ich verblüfft werde, es gab eine riesige Menge von Hakenkreuzen. Also ich glaube, das Handyverbot im Knast in Mannheim war vor allem deshalb, weil man immer Uniformen von 2010, deutsche Uniformen von 2010, mit lauter Hakenkreuzen an allen zentralen Stellen des Knasts hätte fotografieren können. Uniformen mit Hakenkreuzen? Nein, der Mensch mit Uniform neben dem Hakenkreuzen. Ach so, ach so, okay. Waren Sie eigentlich im Gefängnis oder untersuchungshaft? Das ist also, es gibt doch einen Unterschied, ne? Ich kenne mich da nicht so gut aus. Also das Gebäude ist dasselbe, aber technisch war es untersuchungshaft. Hatten Sie jemanden, einen Partner in der Zelle oder waren Sie alleine? Wie meinen Sie das mit Partnern? Also eine Person, mit der man zusammen Hakenkreuz an die Wand malen kann? Oder waren Sie ganz alleine da? Das ist so toll. Die Falschbeschuldigerin, die wird jetzt zu Hause wieder sitzen und jubeln, weil es sie geschafft hat, fünf Jahre nachdem sie mich zum Opfer ihres Verbrechens gemacht hat, ist es, sind wir, das ist eben auch das Problem, was glaube ich Meister Postler hat, obwohl er ein bisschen in einer anderen Situation ist. Ihr macht jetzt letztendlich, das müsst ihr euch einfach bewusst sein, und ich bin cool damit, ich habe auch ein Buch darüber geschrieben mit der Gemahlin und wie das im Knast war und es war vielleicht auch alles im Ergebnis gar nicht so schlimm. Aber letztendlich, ich gebe einfach noch mal zu bedenken, bevor wir lustige Knastgeschichten weiterbleiben. Es hat mich um die berufliche Existenz gebracht, es hat mich tief verschuldet, ich habe es immer noch nicht durch, ich muss gucken mit kachelmannwetter.com, meine Damen und Herren. Genau. Ja, der besten Wetterseite im Netz, jetzt irgendwie wieder auf die Füße zu kommen. Absolut, das beziehe ich auch total. Ich bin noch nicht fertig. Das Lustige und das Überraschende, deswegen wollte ich nur sagen, ganz viele Hakenkreuze wurden immer mehr, ich war es nicht. Kakerlaken, wenn irgendwo mal die Neutronenbombe fällt, die JVA Mannheim könnte die ganze Erde wieder bevölkern mit Kakerlaken, das war auch sehr überraschend und Ratten in riesigen Mengen. Das ist einfach verblüht. Die Ernsthaftigkeit dieser Thematik ist mir natürlich bewusst. Viele Sachen im Leben natürlich, auch in unserer Sendung hier vielleicht ein bisschen so ist es so, Humor ist ja immer auch ein Stilmittel, um Sachen vielleicht so ein bisschen zu verarbeiten und es ist auch nicht böse gemeint. Jetzt, jetzt müssten Sie einmal bitte in diese Kamera gucken, jetzt kommt die fantastische Autorin Sibylle Berg und redet genau 48 Sekunden über Sie. Wenn Sie einfach einen coolen Blick haben. Hoffentlich hilft es, dass wir einander auf Twitter folgen. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist der Beginn einer großen Liebe. Hier ist Sibylle Berg mit dem Text über Jörg Kachelmann. Du, große Scheiße. Über 18 Jahre war Herr Kachelmann der Knuddelschweizer der Fernsehzuschauer und musste dann erfahren, dass es keine wahre Liebe ist, die der Fans seinem Medienidol entgegenbringt. Es ist nur Geilheit. Der fröhliche Meteorologe geriet in einen Schauprozess. Die Welt wandte sich ab. Sein Arbeitgeber ARD ließ ihn fallen. Seine Firmen dümpelten dahin. Die Lügenpresse verfolgte ihn gefühlte Jahre. Vielleicht die späte Rache der Boulevardpresse dafür, dass Herr Kachelmann einst seine 17 Studiengänge abbrach, um bei einer Klatschzeitung zu arbeiten. Egal. Die dunkle Zeit seines Lebens ist nun fast vorbei. Heute bieft Herr Kachelmann noch ein wenig mit Herrn... Jetzt habe ich leider den Namen des Ex-Bild-Chefs vergessen und freut sich auf die größte Schadensersatzzahlung, die Springer je leisten musste. Wir wünschen ihm alles Gute und die Erkenntnis, dass man wahre Liebe nur mit Geld kaufen kann. Herr Kachelmann! Herr Kachelmann! Das war aber sehr nett von Frau Berg. Ja, das war sehr nett von Frau Berg. Was mich jetzt am Verein interessieren würde, ist diese Zahlung der Bild-Zeitung, ist das in irgendeiner Weise eine Genugtuung überhaupt, wenn man so lange durch so einen Spießrutsch... Wenn die Kohle käme... Wann kommt die Kohle? Die Kohle kommt nicht! Sie sind in Berufung gegangen oder in Revision? Es geht jetzt einfach durch alle Instanzen durch und mich kostet das natürlich immer mehr Gerichtskosten und Anwaltskosten. Die wissen, wenn die das bis zum Ende durchziehen, bleibt davon für mich praktisch nichts mehr übrig. Und deswegen ist es auch schön, irgendwie mal die Zahl gehört zu haben, aber mehr ist es auch nicht. Aber irgendwann kommt das Geld hoffentlich, oder? Nein, die Kohle kommt nicht. Kommt nie? Nein, die Kohle, ein Bruchteil, ein kleiner Bruchteil davon, der würde euch hier als ZDF-Beamte oder so, das ist für euch Nasenwasser... Sie haben so einen ganzen Satz an, wahrscheinlich über die Jahre zusammengesammelten, speziellen rhetorischen Wendungen drauf, wo Sie sagen immer, die Täterin, Sie sind ganz vorsichtig mit Wörtern, ist mir aufgefallen. Sie haben eine totale Abneigung gegen die ARD, gegen die Leute, die ein Unrecht getan haben. Und ich habe mal das Bild aufgemacht, dass Sie so ein bisschen wie Uma Thurman in Kill Bill durch die Gegend laufen und quasi sich beim Letzten, der Ihnen Unrecht getan hat, rächen wollen. Oder das wieder gerade rücken wollen. Man muss ja auch daran denken, es gibt ganz viele Untersuchungen, dass ich ja, oder das, was mir passiert ist, ist ja kein Einzelfall. Und ich habe mir auch damals überlegt, okay, ich habe jetzt das Pech, Opfer dieses Verbrechens zu werden. Ich versuche jetzt, dem einen Sinn zu geben. Und mich hat es damals sehr geärgert. Die Verbrecherin sitzt draußen und lacht und das Verbrechensopfer sitzt drin. Und ich versuche einfach noch, die Leute wenigstens in den Knast oder Vorurteile zu bekommen, die das gemacht haben. Staatsanwaltschaft, die Frau und letztendlich Springer. Das sind für mich die letztendlich, die ich vor Urteil sehen möchte. Und dann nachher gehe ich entspannt, wie Sie sich das auch wünschen, zur Tagesordnung über. Aber ich muss ja auch da nicht viel dazu machen. Das machen ja die Anwälte. Deswegen machen die das. Und ich lebe eigentlich ganz normal mein Leben. Annika Decker würde ich ganz kurz mal fragen. Wir haben jetzt hier gerade drei Menschen hier gesehen mit wirklich interessanter Persönlichkeit. Ja. Du bist Drehbuchautorin. Genau. Wenn du die Möglichkeit hättest, von einem von diesen drei Herrschaften hier, daraus einen Film zu machen aus der Geschichte. Wer springt dich zuerst an? Von wem würdest du... Also wenn du... Du müsstest es. Sonst foltert dich die Taliban. Das schockt nicht mehr. IS ist jetzt ein Neustart. Genau. Also du müsstest einen Film drehen über das Leben von Kollegen Gerd Postel oder Jörg Kachelmann. Was springt dich zuerst an? Welche Sache würdest du verfilmen wollen, wenn du müsstest? Also das Mainstreaming-Klassische wäre hier Gerd. Aber ich glaube, von meinem Bauch her würde ich, glaube ich, dann irgendwie zu Felix gehen. Weil man muss ja sehr viel Zeit dann auch mit diesen Menschen verbringen und den ausfragen, wenn man die Geschichte schwimmt. Das war ein charmantes Kompliment, aber auch eine Beleidigung auf eine Art. Das war ein ganz jahres Flirten, oder? Das war Flirten, ja. Du hast als Flirt empfohlen, aber ich eher so, Herr Postel. Das war eigentlich... Eine Mischung aus allem so ein bisschen, ne? Man weiß es noch nicht so ganz genau. Man weiß es nicht. Eine schreckende Ambivalenz. Gibt es bei dir schon Anfragen, dass jemand dein Leben verfilmen möchte? Ich glaube nämlich, dass du dein Privatleben eigentlich ganz gut irgendwie unter Verdeck hältst, weil du dich einfach Kollegah nennst und einfach gar nichts erzählt, was Felix Blume so... Ja, so ein bisschen, ne? Ja, ich mache ja im Vergleich zu vielen Musikern eigentlich relativ viele YouTube-Vlogs, wie man heute sagt. Schminktipps und so. Schminktipps und auch von zu Hause aus in deiner Bude? Nein, nein, unterwegs. Ich bin ja das ganze Jahr unterwegs und führe das Boss Live und das wird natürlich auch in Videoform dem Pöbel halt mitgeteilt. Ja, ja, klar. Also ich zeige da schon relativ viel. Es gibt, glaube ich, andere, die halten das viel mehr unter Schloss und Riegel, was Privatleben anbetrifft. Eine Sache ist mir aufgefallen. Du hast dieses Jahr öfters auf Mallorca gespielt, glaube ich, auch so ein Ballermann-mäßig. Hast du einen Auftritt gehabt? Also auf jeden Fall bist du auf Ballermann-Aufgesehen? Ja, dieses Jahr war Mallorca und Lorette Demar auch. Und in Interviews, in Hip-Hop-Interviews redest du gerne von dir selber in einer dritten Person. Das erinnert mich beides stark an Michael Wendler. Aber es stimmt. Aber es stimmt. Du redest... Naja. Und das ist so... Ist das für die Credibility gut, wenn man da irgendwie vor tausend Vollalki spielt und dann auch so, und der Boss kommt heute in den Start und der Boss hat seinen Lifestyle heute hier zu präsentieren? Na, ich sag mal so, der Boss ist sicherlich nicht der Einzige, der von sich in der dritten Person schon geredet hat. Das haben andere auch getan. Michael Wendler zum Beispiel. Ja. Michael Wendler sei jetzt mal dahingestellt. Habe ich noch nie was von gehört. Der spielt ja in der gleichen Location wie du. Ja, ist aber nicht mehr angesagt. Also ich bin mittlerweile... Also Mallorca will mich wieder buchen für nächstes Jahr. Ich habe aber abgesagt. Gage zu gering, die 22.000. Da brauche ich gar nicht erst einzuführen. Du, ich habe im nächsten Sommer noch nichts vor. Ich habe einen Mitmach-Mach-Mach-Din-Bibo. Das war ein Mega-Erfolg. Da kriegst du ein Mega-Pack-Mach-Erfolg. Da haben mich tatsächlich ein paar Mitmach-Akteure gefragt, ob ich da auftreten will. Da habe ich mir Videos angeguckt und dachte, das ist aber... Fühlt man sich da irgendwie auch ein bisschen gebrochen? Weil man genau weiß, ist eigentlich scheißegal, was du jetzt gerade rappst. Die sind alle ziemlich voll, weil es ist ja nun mal wirklich eine Party-Hochburg. Ja, aber das ist ja das Schöne. Du kannst eigentlich statt einem 30-Minuten-Programm ein 10-Minuten-Programm machen. Das raffen die gar nicht, ne? Das raffen die nicht. Bist du dann immer nüchtern, wenn du da auftrittst? Ja, ja, ich trinke keinen Alkohol. Also ich glaube, ich würde das ohne Alkohol nicht aushalten. Ich habe mal auf einem Festival gespielt, was ich Gott sei Dank muss, und war vor dem Auftritt so betrunken und der Veranstalter kam zu mir und meinte, ich muss auf die Bühne. Ich war sicher, ich hatte es schon gespielt. Wirklich? Annika Decker, meine Damen und Herren, sitzt rechts neben mir. Er ist erdrückt von dieser testosterongeladenen Stimmung hier. Ein bisschen. Es tut mir total, ich muss mich entschuldigen für die gesamte männliche Menschheit. Annika Decker darf jetzt mal 49 Sekunden, du kriegst echt extra eine Sekunde mehr von Sie, Willi. Kommt ja auch noch einer auf 50 Sekunden. Das, meine Damen und Herren, das ist Annika Decker. Ist Sascha Arango der Star-TV-Drehbuchautor für müde kulturpessimistische AfD-nahe Herrenreiter, so gilt Annika Decker als die erfolgreichste Unterhaltungs-Drehbuchautorin des deutschen Kinos. Mit ihren Vorlagen für einige der berühmtesten Till-Schweiger-Filme verhalf sie ihm zu dem Erfolg, für den er immer wieder Respekt einfordert. Die kapriziöse Autorin, die vornehmlich in Seidenpyjamas arbeitet, in jeden ihre Drehbücher Hundewelpen hineinschreibt, um sie am Set anzufummeln und ihre Wohnung nur verlässt, um mit der Homeland-Produzentin Tee zu trinken, landete mit ihrem Regie-Debüt, bei dem sie auch Produzentin und Autorin war, einen Blockbuster. Als erste Frau in der neudeutschen Filmgeschichte. Wir freuen uns auf die quirlige Blondine, und das sag ich nur, weil ich schon immer einmal quirlige Blondines sagen wollte. Annika Decker. Annika, du sitzt, das muss man sich so vorstellen, du hast die grobe Idee für kein Ohrhasen im Kopf und setzt dich neben Till-Schweiger und ihr sitzt dann nebeneinander am Laptop mit dem großen Till-Schweiger und schreibt einen Blockbuster. Wer schreibt? Erste Frage. Wer tippt? Äh, beide eigentlich. Also wir haben tatsächlich beide getippt. Halt Till, nicht die Ausrufezeigentasse, ist nicht Facebook. Nicht alles in Großbuchstaben. Stopp. Ich übernehme. Er schreibt wirklich selbst. Ja, und, ja, wie wir alle wissen, ist er ein sehr emotionaler Mensch, da kann das schon mal vorkommen, dass er ein Leerzeichen vergisst oder viele Ausrufezeichen macht, aber er meint es ja nicht böse. Ne, ne, genau, das unterstellt ihm ja auch keiner. Und, und, wer ist, wer ist für was zuständig? Bist du für die Gags zuständig und Till-Schweiger für die romantischen Szenen? Oder, Wer hatte die Grundidee des Films? Das würde ich auch gerne wissen. Zuerst, genau. Das lässt sich echt immer sehr, sehr schwer sagen. Also, wir haben, wir haben einfach gesagt, wir würden gerne was über, über Männer und Frauen machen und wir haben am Anfang so ein bisschen gebrainstormt, dann habe ich so ein bisschen das, das, das Gerüst schon mal gemacht für die Geschichte und, und mir Figuren ausgedacht und dann haben wir uns zusammengefunden und dann hat er aber auch natürlich viel, viel mitgeschrieben und, und, und viele Ideen gehabt und tendenziell eher die romantischeren Sachen geschrieben. Er hat die romantischeren Sachen geschrieben? Ja, das ist mir ja peinlich, aber, naja, wieso, er hat wahrscheinlich einfach wahnsinnig viel Erfahrung mit romantischen Dingen, oder? Ja, ich wahrscheinlich nicht so. Na, ich meine, also, ich meine, er ist halt ein berühmter, der größte Schauspieler Deutschlands, würde ich jetzt mal sagen, aus Bewunderung und Angst und Angst und Angst und er ist, und er ist, ich glaube, du bist dann die Gag-Tante quasi, die dann die Witze reinschreibt. Ja, ich bin, ich bin grundsätzlich so ein bisschen die Gag-Tante, also nicht, nicht im Leben, aber am Computer, beim Schreiben und das, das ist ja wie ihr ja wahrscheinlich auch, das ist ein sehr technischer Vorgang manchmal, dass man die Punchline hinhaut oder wie du weißt. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass du wirklich, das war dein Filmdebüt, dein erstes Drehbuch, Kein Ohrhasen, warum hat man, irgendwie finde ich es ungerecht, wenn man gleich, zum Beispiel Kollegah, auch irgendwie die ersten Platten, die rauskamen, oder auch mal, also ich habe irgendwie vor drei Leuten gespielt und so, wenn man gleich hier irgendwie so einen super Hit irgendwie raushaut, ich finde es irgendwie schöner für die Biografie, kannst du nicht noch was reinlügen, irgendwie wie Herr Postel und sagen. Du weißt ja nicht, was für Arschlöcher ich als Chefs davor hatte in all meinen anderen. Was hast du eigentlich davor gemacht? Oh Gott. Alles mögliche. Fernsehen. Fernsehen. Aber jetzt war ja Hit an Hit, war den Traumfrauen eigentlich der Erfolgreich an der Kasse? Ja, ne? Der war auch relativ erfolgreich. Ja, gehört zu den drei erfolgreichsten. Der hat Elias M. Barek mitgespielt. Ist das nicht egal, wo der mitspielt, der Film wird ein Erfolg momentan? Kann man da nicht auf der sicheren Seite sein, wenn man so hochkariert da holt? Will man nicht mal was Mutiges versuchen mit Olli Schulz in der Hauptrolle zum Beispiel? Über so einen Underdog, der so in der Medienszene rumtümpelt? Ja, kann mir gerne drüber reden. Ich würde ganz kurz eben die Plus Eins Karte einsetzen. Einfach nur, weil ich keinen Bock darauf habe, bis Olli andauernd über seine Sachen redet. Zack. Ist mir egal, dann mach ich mir minus Eins wieder. Das ist total scheiße, dass wir uns kurz vor der Sendung überlegt haben, dass man die Karten ausgleichen kann. Jetzt hast du auch keine mehr. Ich bin bedroht worden. Ja, wir haben hier, wir müssen das mal ausprobieren, wie das ist, wenn man mal was ausschneidet. Jetzt ist die Minute auch schon um? Nein, es ist neutralisiert. Ich hätte ja die Plus Eins geworfen, gesagt, wehe, Kachelmann. Wer hat wehe, Kachelmann gesagt? Schultz. Oh, wehe, wenn Sie jetzt vor Gericht gehen, deswegen. Ich habe den gleichen Anwalt wie Silberner Du und Rammstein. Wirklich, die haben jeden bis jetzt rausgeboxt. Haben Sie eigentlich mal Alice Schwarze auf einer Veranstaltung irgendwann wieder gesehen? Da ist ja auch offensichtlich alles durchtrennt worden. Ich hoffe immer noch sehr intensiv. Ich habe eine mündliche Zusage, dass ich ein Schweizer Zeitungskonzern Gerichtsberichterstatter werden darf, wenn ich Sie wegen Steuerdingen vor Gericht komme. Ah, dann wären Sie der Gerichtsberichterstatter im Steuerprozess von... Ja, das ist eigentlich immer noch mein Traum, irgendwie die Erfüllung. Ganz neutral. Ja, ich wäre neutral. Ich würde dann versuchen zu zeigen, dass man nicht so machen ist wie Sie. Aber damals hat man gelernt, wirklich jeder Depp kann Gerichtsberichterstatter werden oder Gerichtsberichterstatterin. Und wenn das jeder Depp wie Frau Schwarzer werden kann oder Deppin... Moment, da sind Sie im Bereich des Justiziablen. tatsächlich, wenn Sie Frau Schwarzer Depp nennen. Ich weiß nicht, ist das... Ja, es geht... Müsste gerade noch. Müsste gerade noch. Aber Sie wissen das sehr genau, ne? Ich versuche... Hast du eine Minus-Eins-Karte? Ja, ist auch ein männliches Wort, Depp, ne? Ich würde gerne Sachen... Wollen wir ganz kurz mal Sachen ausprobieren... Oder eine Plus-Eins-Sache. Ne, Minus-Eins muss es jetzt sein. Ne, eine Plus-Eins-Sache, dann können wir mal Sachen ausprobieren, die man sagen kann, wo man für verklagt wird. Also wie man alle Schwarzer nennen dürfte. Aber jetzt bitte nicht ausgleichen. Okay, ich schmeiß die mal hier hin. Also zum Beispiel... Da sind wir wieder. Wir sind wieder drauf. Nur mal ganz kurz, um das mal kurz gesagt zu haben. Ich wollte es immer in meiner Sendung sagen. Ja. Ich glaube, dass... Ich... Das war heftig. Ich glaube, meine Anwälte werden dazu noch was zu sagen haben. Ja, aber sie werden das nicht mitbekommen. Sie haben Anwält-Tee auch wirklich, ne? Ja, naja, es gibt halt verschiedene Bereiche, aber davon hatten wir das. Also nicht, dass ihr denkt, darum ging es gar nicht in der Minute. Es geht um Frau... Annika, Herr Postel, wir müssen... Komm, wir wenden uns ein bisschen dieser Seite des Tisches zu. Weil du hast eben mit Kollegen, du hast bestimmt eine halbe Stunde lang habt ihr irgendwelche Musiker-Sachen hin und her. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Haben wir? Ja, wirklich, weil du... Die Zeit verging so schnell, ich hab ja von dir geguckt. Olli kennt dein Lebenswerk einfach komplett. Er hat wirklich vorhin in der Probe Punchlines zitiert. Kannst du mal die fünf geilsten Punchlines vom Kollegen, kriegst du die zusammen oder bist jetzt zu... Natürlich krieg ich die zusammen, jederzeit. Ja, los. Ich geh gerade aus wie die Ölreserven, oder? Ich lauf mit dem Dicken rum, ich lauf mit dem Dicken rum wie Asterix. Du hast eine Freundin mit dem sächsischen Dialekt, der Boss hat sächsischen Dialekt. Hammer. Das ist für mich gleich. Hammer. Ich könnte unzählige aufzählen, aber das wäre jetzt auch zu viel Lobhudelei. Wir müssen auch ein bisschen so tun, als wenn wir hier nicht Bros im Game sind. Entschuldigung, weil die Rapper sitzen auf dieser Seite. Das ist... Sorry, no offense. So, Herr Passen hat noch nichts. Nee, Herr Postle würde ich gerne eines auch fragen. Eben gerade hat Herr Karemann gesagt, jeder Depp kann ja eigentlich ein Gerichtsbestatter werden. Und jeder Depp auch ein forensischer Psychiater. Ja, genau. Ist es wirklich so? Könnte ich jetzt in der Psychiatrie direkt sein? Nein, nein, das glaube ich nicht. Warum nicht? Weil Sie über wenig Empathie verfügen. Ach, das ist ein absoluter Quatsch. Oh, 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 oh. Ich bin einer der renommiertes Liedermacher Deutschlands. Bei mir heulen die Leute beim Konzert, bevor es losgeht. Aber ich heule aber nicht und ich habe auch noch nie geheult. Sie haben noch nie geheult, Herr Postle? Ja, aber... Haben Sie eigentlich, als Sie in der Psychiatrie dort gearbeitet haben, haben Sie auch Menschen helfen können? Ja, dauernd, natürlich. Ja, klar. Indem Sie gesagt haben, Sie sind gesund, hauen Sie ab hier. Wie war das? Haben Sie die Leute entlassen? Haben Sie sie behandelt? Haben Sie sich was angelesen? Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Haben Sie sich darauf vorbereitet? Ich kann auch solche Fragen nicht antworten. Ja, warum können Sie? Sie können nie auf irgendwas antworten. Nein, weil... Warum können Sie darauf nicht antworten? Mich würde es interessieren. Sie wollten, Sie haben sich beworben für eine Psychiatrie als Oberarzt. Ja, pass auf, jetzt lassen Sie mich... Aber jetzt... Ja, ich lasse Sie ja gleich. Ich lasse Sie so lange Sie wollen. Aber Sie müssen sich entweder darauf vorbereitet haben oder sind Sie so ein... Haben Sie so eine Gene in sich, dass Sie jetzt einfach können? Woran liegt es? Sie müssen nicht intelligent sein, um als Oberarzt einer psychiatrischen Klinik bestehen zu können. Ich auch gerade. Das Medizinstudium ist ja kein Bildungsförder des Studiums, was nicht ausschließt, dass es Ärzte gibt, dass es Ärzte gibt, die, ob schon sie Arzt sind, dennoch gebildet sind. Das kommt gelegentlich vor, im Psychiaterkreis nicht so häufig. Ich habe mich beworben um die Stelle. Da hatten sich 39 Fachärzte beworben. Acht waren in der engeren Wahl. Die mussten vor einem Auswahlkollegium einen Vortrag halten. Ich habe gesprochen über die Pseudologia Fantastica am literarischen Beispiel der Figur des Felix Krüll. Das ist die Lügensucht im Dienste der Ich-Erhöhung aus der psychoanalytischen Diagnostik. Und dann wurde der einzige Postbote eingestellt und 39 Ärzte eben nicht. Sie sind gelernter Postbote. Ja. Und Volksschule Bremen-Grolland, Hauptschule Bremen-Grolland. Aber haben Sie auch Psychopharmaka verschrieben? Ich habe alles gemacht, was Psychiater so machen. Ich war stellvertretender Klinikdirektor und ich war Weiterbildungsbeauftragter der sächsischen Landesärztekammer. Ganz kurz. Ganz kurz. Ich habe Krankheitsbegriffe eingeführt vor sächsischen Psychiatern, die es überhaupt nicht gibt. Die bipolare Depression dritten Grades gibt es nicht. Kein Psychiater hat eine Frage gestellt. Ich bin nicht in einem Rechtfertigungsnotstand. Das sind diese Psychiater. Mein Chef hat nach sechs Monaten geschrieben, Herr Oberarzt, Dr. Postel übertrifft die Erwartungen. Der sächsische Sozialminister hat mich in eine Chefarztstelle gedrängt. Und der Vorsitzende Richter am Bundesgerichtshof, Armin Nack, hat gesagt, ich hätte ein Obergutachten erstattet vor seinem Strafsenat und Postel sei der beste Gutachter gewesen. Nein, nicht an dieser Stelle unterbrechen. Postel sei der beste Gutachter gewesen, besser als die gelernten Psychiater. Und das war ein Ritterschlag und ist auch komisch, dass man von einem der höchsten deutschen Bundesrichter gelobt wird für etwas, für das man von einem Rang niedrigeren Gericht verurteilt worden ist. An dieser Stelle... Da bin ich in keinem Rechtfertigungsdruck. Ich möchte gerne mal eine Frage stellen, die ungefähr dem entspricht, was passiert, wenn man bei Google nach Google sucht. Haben Sie jemals, also mit Ihrer Expertise oder schein zusammengelesenen Expertise oder Scheinexpertise als Psychiater, was glauben Sie, was mit Ihnen nicht stimmt? Die Implikation Ihrer Frage ist abzuhört. Ganz kurz muss ich an dieser Stelle einmal unterbrechen. Warum? Weil wir einmal Gerd Postel von Sibylle Berg vorstellen lassen müssen. Das ist Gerd Postel, ja. Und ich muss da hinsehen. Ja, wenn Sie wollen. Wäre Herr Postel oder, wie Buddies sagen, Dr. Mehl, Dr. Phil Clemens Bartholdi, von Beruf Verwerter seiner diversen medizinischen Anstellung, weniger klug, hätte er das Zeug zu einem 1A-Verschwörungstheoretiker. Wäre er noch klüger, würde er nicht glauben, über Gesetze erhaben zu sein und wäre, statt seine Bedeutungsbehauptung zu perfektionieren, Forscher geworden, der seine intellektuellen Fähigkeiten zum Wohle der Weltbevölkerung nutzen würde. Schade. Die unseligen Dispositionen seiner Psyche führen zu einer amüsanten Dauerscharlatanerie und vermutlich dem ständigen Gefühl, verkannt zu sein. Wir sind Herrn Postel außerordentlich dankbar dafür, dass seine Neigung nicht der Gehirnchirurgie galt. Wir lesen gerne über ihn, wir hören seine Geschichten gerne, in seinem Kopf wohnen wollen aber die wenigsten. Gerd Postel. Meine Frage ist noch, wollten Sie direkt in die Psychiatrie, gab es noch andere Pläne oder war das direkt fokussiert auf Psychiatrie oder haben Sie sich noch für andere Sachen beworben? Ich wollte ursprünglich mal Richter werden in Sachsen, aber das habe ich dann verworfen. Ja, also da haben Sie sich auch gar nicht beworben. So eine Psychiatrie ging für Sie, weil Sie meinten, da gibt es so ein paar Bugs, also logische Fehler, da kann man sich rein, rein buxieren. Psychiatrie lebt von Sprachakrobatik. Das ist wie beim Hip-Hop so ein bisschen. Meinst du, du könntest auch eine Psychiatrie leiten? Hundertprozentig. Ja. Das ist ja manchmal nichts anderes, wenn man ein Label führt oder mit Rapper-Kollegen überhaupt kommuniziert. Absolut. Oder Hip-Hop.de-Lies. Da ist wahrscheinlich nicht viel anders. Aber ich nenne mal eine Frage an den Herrn Postel. Hätten Sie es auch gemacht? Oder aus welcher Intention heraus haben Sie es gemacht, um die Leute quasi zu blamieren? Nein, das ist eine ganz traurige Geschichte. Meine Mutter hat sich suizidiert, hat sich umgebracht und war Opfer eines Psychiaters. Sie hatte nämlich Depressionen und dieser Psychiater hat ihr zwar antriebssteigernde, nicht aber depressionslösende mitgegeben. Also so ein Rachefeldzug quasi. Um einfach zu demonstrieren, die sind alle nicht qualifizierter als ein völlig ungelerntes. Ich hatte Lust, mich öffentlich lustig zu machen über Psychiatrie und zu beweisen, dass das jede dressierte Ziege macht. Ja, ja, ja. Okay, verstehe. Und den Beweis hat er nicht gebracht. Es war jetzt kein Zufall, dass es um Psychologie oder Psychiatrie ging, sondern Gehirnchirurg hätten Sie wahrscheinlich nicht gemacht. Nein, natürlich nicht. So verantwortungsvoll sind Sie. Okay, das ist ein Rachefeldzug. Also das finde ich cool. Das ist gut. Ja, normal. Die Mutter wird quasi umgebracht. Ich frage mich aber trotzdem, wie weit das Ganze resultiert aus einem Minderwertigkeitskomplex. Ja, wenn nicht, dann ist es Überkompensation von Minderwertigkeitskomplex. Aber mit solchen Begrifflichkeiten kommen wir nicht weiter. Nee, das interessiert mich ja einfach nur. Das ist ja Beweggrund. Sie haben das doch jahrelang gemacht. Sie haben Geld bekommen als Oberarzt. Ja, und ich habe ja auch gearbeitet als Oberarzt. Wann wollten Sie denn den Gag auflösen, dass Sie sich über die Psychiatrie lustig machen? Wenn Ihnen nicht jemand auf die Schliche gekommen wäre, wären Sie wahrscheinlich heute immer noch Oberarzt. Nein, überhaupt nicht. Das ist ja keine intellektuell anspruchsvolle Tätigkeit, die auf Dauer befriedigt. Nein, also das heißt also... Dann wären Sie wieder Postbote geworden? Nein, das ist so eine... Nein, also wann hätten Sie denn von sich, als das klingt, Stichwort Ex-Post-Riesening, also diese Geschichte mit Ihrer Mutter so wahr sie auch sein mag, wobei ich überhaupt nicht weiß, was ich überhaupt glauben soll und was nicht. Was wirklich total bizarr ist. Weil normalerweise bin ich der Typ, den Leute angucken und nicht genau wissen, was sie von einem halten sollen. Aber ich habe das zum ersten Mal das Gefühl... Eine umgekehrte Situation. Ja, es ist ja. Ja, aber es ist lehrreich für Sie vielleicht. Es ist lehrreich. Leben verrückt. Ja, wir müssen das jetzt einfach annehmen, dass es stimmt. Wir müssen natürlich annehmen, dass es stimmt. Das mache ich ja auch gerne. Ja, Sie hätten sich auch vorbereiten können. Aber diese Geschichte, dass Sie zeigen wollten, was für ein Quatsch die Psychiatrie ist, dann hätten Sie sich doch irgendwann in den Schlusspunkt gesetzt. Ja, das hatte ich auch vor. Aber Sie sind aufgeflogen. Ja, weil es gab eine Ärztin, die in einem anderen Oberarztbereich war und mit dieser Oberärztin, DDR-Oberärztin, die habe ich in meinen Oberarztbereich geholt und die hat dann zu Hause bei ihren Eltern erzählt, sie sei im Oberarztbereich des netten Dr. Postel und da kannte man den Namen. So ist es aufgeflogen. Wie lange haben Sie das denn durchgezogen? Aber ich wollte, irgendwann hätte ich es doch auffliegen lassen. Aber wie lange haben Sie das denn durchgezogen? Ich meine, dass es gelegentlich begnadete Psychiater gibt, ist doch klar. Das Schrill ist doch, dass da ein Postbote kommt. Ja, aber wie viele Jahre war das denn? Zwei Jahre. Ach, zwei Jahre nur, okay. Ja, zwei Jahre. Na ja, zwei Jahre. Na ja, wenn es jetzt zehn Jahre gewesen wären, hätte ich gesagt, ja, wahrscheinlich hat er sich an seinen Job gewöhnt und das Gehalt und so weiter und es hat ihm Spaß gemacht irgendwann und er hatte vielleicht die Intention verloren, das irgendwie aufzulösen. Nee, nee, das gehörte ja mit... Also das kam ihm quasi in die Quere, dass sie entdeckt wurden. Das war ja auch sozusagen für die narzisstische Zufuhr des Protagonisten wichtig. Ja, ja. Herr Postel, Sie haben auch gerade in dritter Person über sich geredet. Schon wieder eine Parallele. Ja, aber das mache ich so aus Grund der Selbststanzierung. Ich sehe eine große Collabro da irgendwie. Ja, ja. Jungbrutal und eine Psychiatrie. Das bin ich alleine. Muss auch mitmachen. Annika Decker, du hörst jetzt hier immer mehr von unseren anderen Gästen immer noch der Meinung, von Kollegen das Leben zu verfilmen oder hast du das ein bisschen jetzt gerade... Also grundsätzlich schreibe ich gerade irgendwas ganz anderes. An was schreibst du denn gerade? Eine neue Komödie. Ich kann leider noch gar nichts... Ja, okay, aber ist denn... Rubbel die Katz war eine Komödie. Zwei-Uhr-Hasen war eine... Kein-Uhr-Hase war eine Komödie. Zwei-Uhr-Küken war eine Komödie. Männer, Traumfrauen war eine Komödie. Kommt irgendwann nochmal der depressive, schwierige Film, der progressive Film, der vielleicht alles aus dem... Über die einsame Schildkröte... Über die einsame Schildkröte oder den einsamen Psychiatriearzt oder irgendwas. Gibt es da irgendeinen Plan? Zeichnet sich im Moment nicht ab. Also ich glaube, man merkt ja, aus welchem Holz man so geschnitzt ist. Und bei mir... Ist dein Leben eine Komödie? Überhaupt nicht. Also ich lebe sehr gerne und ich bin, glaube ich, ein grundsätzlich sehr optimistischer Mensch. Aber ich war ja auch schon mal sehr krank und durch einen ärztlichen Diagnosefehler, deswegen... Du sagst mal im Koma, stimmt das? Im künstlichen Koma. Im künstlichen Koma. Du wurdest künstlich ins Koma... Warum? Ich hatte Nierenstein und das hat eine Ärztin nicht diagnostiziert und ich hatte auch Nierenstau schon und dann hat die mich nach Hause geschickt und gesagt, das wäre psychosomatisch und ich hatte wahnsinnige Schmerzen und habe dann so ganz viel Schmerzmittel bekommen und dann war es eigentlich fast zu spät, als ich dann nochmal in die Klinik bin und dann hatte ich eine Blutvergiftung. Und das war halt so weit fortgeschritten, dass die Organe versagt haben und dann haben die mich ins künstliche Koma gelegt. Also ich bin jetzt nicht ins Koma gefallen. Ist das eine lebensverändernde Situation gewesen für dich? Danach? Ja, davor. Auf jeden Fall. Ich musste wieder laufen lernen und ich war... Wirklich? Laufen lernen? Ja. Du warst komplett gelähmt oder im Bein? Nein, du hast keine Muskeln mehr. Ich war acht Tage im künstlichen Koma und das war mir auch nicht so klar. Nach acht Tagen lassen die Muskeln schon... Alles weg, wirklich alles. Du kannst deine Waden nehmen und so zusammenrücken und ich habe wirklich so ein Bettfahrrad bekommen. Jeden Tag kam so eine Physiotherapeutin und hat ein Fahrrad ans Bett gerollt. Da habe ich mich immer gefreut. Schuld war ein Arzt. Ich will jetzt da gar nicht... Ja, haben Sie eben gesagt. Also ich... Ja, aber ich habe jetzt noch nicht angefangen in dieser Klinik zu arbeiten. Deswegen um... War das vor? War das... War das vor oder nach dem großen Erfolg mit Kein Ohrhasen? Danach. Das war während der Dreharbeiten von Rubbel die Katz. Also die wussten nicht, dass es so schlimm ist. Sonst hätten die vielleicht den Dreh unterbrochen und nee, das war alles sehr geheim. Würdest du mal ein Tatort-Drehbuch schreiben, um mal der ARD mal zu zeigen, was so möglich ist? Ganz ehrlich, von der Gage kann man irgendwie einmal Mittagessen gehen. Ach, das ist übertrieben, oder? Eine tolle Vorstellung mit so einer Redakteurin vom Saarländischen Rundfunk zusammen an einem Tisch zu sitzen und dann gesagt zu bekommen, ja, muss da irgendwas gesellschaftskritisches rein und kann ich der Tatort-Kommissar vielleicht zu Hause eine Scheidung am Laufen haben und einer hat Krebs? Ja, und ein Alkoholproblem. Und ein Alkoholproblem, ganz fast Neues, ein Alkoholproblem. Oder so eine sexuell ambivalente Kommissarin, wo man nicht genau weiß, ist sie lesbisch oder einfach nur männerlos. Ja, aber das ist doch für ein Drehbuchautor ein absoluter Albtraum, Tatort zu schreiben, oder? Ich weiß es nicht wirklich, ich bin halt überhaupt nicht krimiaffin. Also es macht mir keinen, also ganz ehrlich, ich bewundere das, wenn man das kann, aber für mich ist das so ein bisschen wie so aus Streichholz an den Eiffelturm nachbauen. Es ist so, wer weiß was, wann, welches Beweismittel kommt dann. Das ist nicht so ganz meins. aber großer Respekt. Ich meine, Till, der spielt ja immer, der spielt in einem Tatort den Kommissar. Ach so, ja, aber das schreibe ich ja nicht. Ich könnte das halt nicht schreiben. Also man muss ja immer das machen, was man am besten kann. Ja. Und. Herr Kahnmann, versöße sich eigentlich eines Tages mal wieder mit Ihrem alten Arbeitgeber. Gibt es da, also sind Sie, oder sind Sie nur darauf aus, quasi das Unrecht, auf Ihrer Seite geschehene Unrecht, also empfundene Unrecht wieder herzustellen? Wird das irgendwann wieder zu einem Frieden führen? Beziehungsweise, wann haben Sie selber Ihren Frieden wieder gefunden? Weil es ist ja auch bei Ihnen ein Rachefeldzug momentan, beziehungsweise Sie wollen Gerechtigkeit. Rache sehe ich eben gar nicht. Es ist einfach, glaube ich, ganz normal wichtig für den Rechtsfrieden ist, Verbrecher sollten verurteilt werden. Das ist das, was ich anstrebe. Nicht mehr und nicht weniger. Und Rache überhaupt nicht. Wie gesagt, es ist halt immer das gleiche Thema und wir reden gar nicht über das Wetter, was ich sehr bedauere, sondern immer über... Ja, wie wird das Wetter denn? Wie wird das Wetter... Beschäftigen Sie sich damit noch wirklich jeden Tag mit dem Wetter? Es gibt diese wunderbare Seite kachelmannwetter.com Die Adresse, ich habe ihn nicht verstanden. Kachelmannwetter.com Ja, kachelmannwetter.com Können wahrscheinlich alle mal... Können wir vielleicht mal kurz die Adresse einblenden? Wir haben viele ältere Zuschauer, dass die einfach mal das aufschreiben und ins Faxgerät eingeben. Beim ZDF müsste es aber in Sütterlin geschrieben werden. Ja, wir sind ja bei ZDF, nee, oder wäre das in Comic Sense? Okay. Also, um die Frage noch kurz zu beantworten. Entschuldigung. Ich habe meinen persönlichen Frieden. Letztendlich, ich merke davon, nichts im täglichen Leben. Ich bin froh und alles ist soweit gut. Aber ich finde nach wie vor, ja, Verbrecher sollten verurteilt werden für die Verbrechen. Das ist ganz normal. Das ist keine Rache, sondern das ist einfach Rechtsfrieden herstellen. Was die ARD betrifft, ja, ich bin enttäuscht, wenn ich irgendwo 18 Jahre gearbeitet habe für einen Arbeitgeber, wenn die sich nicht mal gemeldet haben. Die haben nicht mal einen Brief geschrieben. Oh, das tut uns aber leid, was ihnen jetzt passiert ist. Und wir gucken mal, wie es dann ausgeht und dann sehen wir weiter. Aber wer soll auch schreiben? Es gibt neun Intendanten, es gibt 16 Verwaltungen. Ja, es war einfach das schiere Nichts. Und das ist schon, und dann eben den Satz von Harris am Schluss, ja, sie dürfen leider nicht wieder in die Glotze, weil wir müssen uns überlegen, was sich die Leute vorstellen, wenn sie sie sehen. Ich habe jedenfalls, um nochmal darauf zurückzukommen, ich habe mir jetzt in den letzten Tagen nochmal Ihr Hörbuch angehört. Und man merkt, also es sprudelt aus jeder Zeile so Hass, Verzweiflung und natürlich auch Wut draußen. Ich habe keinen Hass, keine Verzweiflung, keinen Wut. Dann habe ich das völlig falsch interpretiert. Ich muss mal was fragen. Wir kennen uns, glaube ich, auch zu wenig. Ich muss mal ganz kurz was fragen. Der Kollege hat eine interessante Frage auch, und zwar... Achtung, eine interessante Frage. Das war auch ein Diss jetzt gerade. Wieso? Weil, habe ich... Ja, das führt sonst zu nichts. Ne, oder? Also, und zwar, du bist ja der Meinung, du bist unschuldig verurteilt worden. Ich weiß das. Du weißt das, aus deiner Sicht. Ich bin nicht verurteilt worden, sondern ich bin freigesprochen worden. Ich bin nicht verurteilt worden. Okay. Ja, das ist wichtig. Sagen wir mal, nicht verurteilt, sondern du distanzierst dich komplett von dem Tatvorwurf, sagen wir mal. Komplett erfunden, erstunken, unterlogen. Ja, von vorne bis hinten. Würde jetzt der Psychiater oder der empathische Mensch daraus schließen, dass der Herr Kachelmann einen so jahrelangen Prozess des Rachefeldzugs oder, sagen wir mal, diese Energie aufwendet, ist das ein Indiz dafür, dass er tatsächlich nichts getan hat? Ja. Ist es, ne? Ja, klar. Und ich erlebe ihn übrigens auch überhaupt nicht als verbittert. Überhaupt kein bisschen. Herr Postl, Sie sind kein Psychiater. Nur mal ganz kurz. Ja, naja. Heute Abend, es geht auch mehr um das Hörbuch als jetzt um Ihre Art, wie Sie heute Abend hier aufklicken. Aber das sind nicht zwei verschiedene Personen. Also im Hörbuch, da war alles noch ein bisschen näher und so. Genau. Es hat sich wahrscheinlich auch ein bisschen geändert dazu, oder? Naja. Es ist mehr Leichtigkeit in Ihr Leben getreten? Das ist jetzt so, naja, die Leichtigkeit. Man gewöhnt sich, man findet sich damit ab wahrscheinlich. Ihr müsst einfach mal 132 Tage unschuldig sitzen und einfach all diesen Schwachsinn, diesen Freierfunden. In Mannheim auch noch. Ich meine in Mannheim. Das kommt noch verschärfend hinzu. Und all diesen Freierfunden, inzwischen Verbotenen und Abgestraften gegen Springer und Burda Schwachsinn über euch lesen und einfach alles, was sie jemals hatte, an Kohle, an Job und so, alles unter dem Arsch weggezogen bekommen. Und deswegen, ich finde eigentlich, dafür bin ich immer noch recht entspannt. Ich habe weder Wut, Rache noch Hass noch irgendwas. Aber es ist einfach so viel Schlimmes passiert und ich möchte auch nicht, und das ist mir wichtig, dass es noch vielen anderen so was Schlimmes passiert. Und wenn einmal es geschafft ist, ihr müsst auch denken, es ist das perfekte Verbrechen. Jeder Falschbeschuldigerin passiert genau nichts, wenn sie dieses Verbrechen macht. Und das möchte ich ändern, dass irgendwann mal eben auch ein Verbrechen ein Verbrechen genannt wird. Und das mache ich mit aller Entspanntheit als Familienvater, normaler Arbeiter bei kachelmannwetter.com und all diesen Dingen. Auch um den Preis, dass Sie den Kollateralschaden in Kauf nehmen, dass das schnell in die andere Richtung pendeln kann? Also dass dann Leute, also Frauen, denen dann quasi das wirklich widerfahren ist, was Sie nicht getan haben? Der größte Schaden für eine Frau, der dieses furchtbare Verbrechen wirklich passiert ist, dass sie vergewaltigt worden ist, sind eben die Falschbeschuldigerinnen, weil es dann eben diese Unsicherheit und diese Unschärfe gibt. Es gibt, das ist diese furchtbare Schere, dass die Mehrheit der Frauen, denen ernsthaft dieses Verbrechen passiert, nicht zur Polizei, nicht vor Gericht gehen und dieses Verbrechen nicht anzeigen. Das ist furchtbar. Und dann gibt es eine andere Furchtbarkeit, dass die Mehrheit der angezeigten Verbrechen keine Waren. Aber das sind zwei unterschiedliche Dinge. Mit Ihrer Position haben Sie aber, Sie haben eigentlich keine Lobby oder Sie bauen sich Ihre eigene Lobby auf. Es ist eine unpopuläre Position, die Sie annehmen. Es ist unpopulär. Das hat meine Frau, hat ja mal das Unwort des Jahres kreiert und wurde dann auch Unwort des Jahres mit dem Opfer-Abo. Das ist nicht auf meinen Mist gewachsen, aber es ist schon so, das wissen auch viele Männer, die mal in Sorgerechtstreitigkeiten verwickelt waren und so, dass es sehr schwer ist, wenn, da sieht man auch letztendlich, was passiert ist, aus Falschbeschuldigungsopfern. Ich meine, ich habe beruflich, materiell, finanziell alles verloren. Horst Arnold? Ich meine, Horst Arnold hat sein Leben verloren, Andreas Türk ist, weiß ich nicht, was er gerade... Bei Kabel 1 Moderator geworden. ist auch nicht schön. Und ihr seht ja auch, dass der Job der Falschbeschuldigerin, ich meine, es ist 2015 gefühlt und 2016 in der Realität und wir reden heute Abend, wenn es um mich geht, nicht um Kachelmannwetter.com, das neue, tolle Start-up, sondern... So langsam kippt es, Herr Kammermann. Das war jetzt ja eine zu viel. Kann ich jetzt einmal kurz die Bostransformation machen? Ja, genau. Wir müssen sowieso langsam... Wir müssen sowieso langsam zum Ende kommen. Annika Deggers neuer Film ist bestimmt auch super. Jetzt gerade auf DVD. Was haben Sie gerade draußen, Herr Postel? Ich twittere. Vor vier Wochen wusste ich nicht, was Twitter ist und jetzt ganz gut, ne? Ich twittere ich. Ich kriege jetzt ein kostenloses Abo für die Bostransformation vom Kollegen, glaube ich doch mal. Ich weiß, ob wir Ende Januar Regen oder Schnee haben vom Kachelmannwetter. Und das wünsche ich mir eben sehr, dass es eben dann, wenn wir uns hier in zehn Jahren wieder treffen, dass das nicht mehr das Thema sein wird. Ist das geplant? Das ist geplant. Das haben Sie unterschrieben. Das haben Sie alle unterschrieben. In zehn Jahren treffen wir uns hier genau wieder. Wir müssen jetzt langsam zum Ende unserer Sendung, glaube ich, kommen. Wir sind hier mitten im Rausch gerade. Wir haben die Karten gar nicht aufgebaut und es hat mit den Karten nicht so richtig funktioniert. Doch, das war schon sehr, sehr gut, Jan. Na, ich habe gedacht, dass das mehr geschnitten wird. Das ist der letzte Scheiß, dieses System. Das hat, glaube ich, keiner gedacht. Ist doch völlig egal. Das war vor allem gut, dass mir die Karten neutralisieren. Das war vor allem, dass mir die Karten neutralisieren. Warum denn nicht? Wenn man hätte Sachen sagen können zum Beispiel, die man schon mal sagen können. Ja, aber man sagt doch nur Sachen, die auch gehört werden sollen. Ja, das hört man auf der MCDS. Es war uns jedenfalls eine große Freude. Vielen Dank, Georg Kachelmann. Danke schön. Vielen Dank, Kollege. Vielen Dank, Herr Postel. Und Alika Decker. Vielen Dank, danke schön. Vielen Dank fürs Zuschauen. Was für ein Typ, oder? Der Postel ist, Alter, was für ein Typ. Der Postel ist raumeinnehmend. Ich weiß, ich kann mir voll vorstellen, dass in der Psychiatrie-Welt war er wirklich zwei Jahre lang absolute King. Ich glaube, der hat einfach... Es gibt so Typen einfach. Der hat so eine Alphatier-Dominanz an sich, dass er einfach... Da hat sich noch nicht einmal die Frage jemand gestellt, ob er wirklich vielleicht irgendwie ein Scharlatan ist. Weil die Angst hatten davor. Da kann die Leute, glaube ich, richtig über den Mund fahren. Kollegah, muss man sagen, von allen Rappern bis jetzt, die ich so kennengelernt habe, smartesten Auftritt eigentlich. Ja, mega. Der weiß genau... Der ist einfach ein guter Typ. Der ist einfach ein guter Typ, der weiß, wie man sich verhalten muss. Annika Decker, auch smart, kam ein bisschen zu kurz. Ja, das tat mir ein bisschen leid. Ich glaube, weil hier einfach... Das ist einfach eine absolute Freakshow, uns eingeschlossen. Ja, und man muss sagen, bei Jörg Kachelmann, der ist halt auf einer Mission, auch wenn er es so nicht zugibt. Und ich hoffe wirklich, dass er seinen Frieden wieder macht. Vielleicht auch mit der ARD. Keine Ahnung. War die erste Sendung, ne? War die erste Sendung heute. Wie findest du das mit mir jetzt so? Was, wieso? Wir kennen uns seit drei Jahren. Das erste Mal sehen wir uns wieder beim Moderator. Was nämlich keiner weiß, unsere Radio-Sendung, da sind wir immer getrennt. Ungewohnt, ne? Ich glaube, das war eine gute erste Sendung. Ich glaube, es war nach oben. Ja. Was machst du jetzt noch? Ich gehe jetzt Pipi machen erst mal. Ich gehe jetzt noch einen Dönerspieß. Es wird einen guten Lammspieß geben. Lammspieß als Tellergericht im Kebabland. Da gehe ich jetzt hin. Wir sehen uns nächste Woche, ne? Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich glaube, es war eine okaye Sendung. Also Luft nach oben. Halben wir fest, Luft nach oben. Ja. Top. Feierabend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 gomлю. Du musst das in der Untertitelung des ZDF für funk, 2017 herkomen. Vielen Dank.